Die Lkw-Arbeitsbühne GL23J Allrad verfügt über verschiedenen Abstützvarianten und kann am Einsatzort den Gegebenheiten flexibel angepasst werden. Die Ladefläche mit Bordwänden sowie die Staukiste bieten ausreichend Platz für Werkzeug und Material. Die GL23J Allrad erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 23,10 Metern. Der Arbeitskorb ist beidseitig verdrehbar und hat eine sehr hohe Korblast von maximal 350 kg. Der Korbarm erweitert das Einsatzspektrum und erlaubt zum Beispiel Arbeiten über Störkanten oder Hinterrohrleitungen. Die GL23J Allrad erreicht eine seitliche Reichweite von 17,4 Metern. Dol Prematisch Übergang Subsidium Bl spread Barspay Barsgebaut Untertitelung des ZDF, 2020